Hey Osterbrück, klasse! Schon über 200 Karten verkauft, oder was? Das ist sehr gut, dass ihr uns mögt, oder was? Aber diesmal sage ich euch, oder was? Ein bisschen mehr Bier, oder was? Letztes Mal war es zu wenig. Alles leer gesoffen, oder was? Der Michael lag auf dem Trocknen, oder was? Ja, ist ja im Kino ein bisschen blöd, wenn die Vorstellungen schon leer getrunken sind. Ja, sicher, oder was? Du hast ja einen trockenen Hals und man kann sich ja schlechter amüsieren ohne Bier, oder was? Na klar! Ohne Bier geht mir gar nichts, ey! Das hältst du im Kopf nicht aus, oder was? Nee, mit sich gar nicht, ey! Aber du weißt, auf der ganzen Kino-Tour gibt's diesmal nur lauwarmes Bier! Das wär doch scheißegal! Ich nehm lieber kaltes von mir mit, oder? Dann pack ich vorher einen Kühlschrank Pasta! Nee, lauwarmes! Lauwarmes? Hast du Kirmes im Kopf? Ja, Kirmes im Kopf, oder was? Oh, lieber Kirmes im Kopf, weil wir keine Kirmes, ey! Ja, oder gar keinen Kopf, oder was? Dann knallt besser, das warme Bier! Nee, muss nicht unbedingt sein, ey! Warmes Dosenbier! Nee, hier Osnabrücker, da könnt ihr schon mal an Kaltstelle, wenn ich komm, ne? Weil ich bin nämlich der Bus, ey! Und ich bin der Beste, also vorher Kaltstelle! Sonst gibt's kein Einlass! Ja, ich bin der Beste! 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 Ja, ich bin der Beste!